Usti finden Sie bei uns jederzeit zum Nachlesen auf swr4.de. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Das Wetter. Bis zum Abend scheint von der Saar bis zum Bodensee oft ungestört die Sonne. Im Nordosten von Rheinland-Pfalz sowie in der Main-Tauber-Region und Ost-Alp entstehen immer wieder Wolken und vereinzelt gibt es dann auch Schauern. In der Nacht erziehen von Nord nach Süd dichte Wolken durch örtlich mit ein paar Schauern. Die tiefstwerte liegen... Morgen fallen zunächst noch letzte Tropfen im Allgäu und nördlich des Hunsrücks. Da ist es meist stark bewölkt, aber es bleibt trocken. Sonnschein verbreitet die Sonne mit einem verarmlosen Wolken bei Höchstwerten von 17 bis 26 Grad. Und es weht meist schwacher bis mäßiger Nordwestwind. Und hier sind die Aussichten. Montag und Dienstag Sonne, Wolken endlich noch wärmer. Am Dienstag bis 31 Grad und am Mittwoch ähnlich und sommerlich heiß. Die Schlagerparty mit Mike Schieber. Herzlich Willkommen zur größten Schlagerparty Deutschlands. Und damit Sie gleich wissen, wo der musikalische Hammer hängt, hier ist die Gruppe Cora aus dem Jahr 1984. Ganz Baden-Württemberg tanzt und feiert. Noch bis Mitternacht. Hier ist die SW4 Schlagerparty. Tschüss.